Okay. Ja, und wie schön ist das? Ja, und wie schön ist das? Der heißt Johann. Johann. Johann von Lieben. Ja, Johann. Wahrscheinlich schön und liebten. Die sind nicht nur in der Hand. Ja, Johann. Lüdi, wo bist du? Lüdi! Ich kann nicht, Johann, ich kann nicht. Lüdi! Johann! Johann!